Ja Leute, willkommen bei einem Einzelcase Opening. Ich habe mir ein paar Schüsse gekauft von den letzten Kröten, die ich noch hatte und werde mich jetzt einfach mal über die Chroma 1 Cases bis 2 und dann 2 oder 3 hocharbeiten und hoffentlich was vernünftiges kriegen. Ich bete so dermaßen, dass es was wird. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, das startet wieder wie ganz normal immer auch. Crap, 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 Crap. Ein Haufen Pink, ein Haufen Lila. Das Spiel hasst mich. Es hasst mich einfach. Im Großen und Ganzen kann man sagen, es hasst mich. Immerhin Lila Skin. Das sieht auch abgewetzt aus. Weiter geht's mit Chroma 2. Oh Gott im Himmel. Bitte lass doch mal irgendwas vernünftiges sein. Tja, ich weiß nicht, ob die Heat besser ist als die Lila Build, aber immerhin geht ja immer um die Farben. Es geht einfach immer um die Farben, man kann es nicht anders sagen. Und die nächste Chroma 2. Wasted. Warum ist es nicht die AK-47-Stat-Track geworden? Nja. Nja. Komm schon. Komm, 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 komm. Die Hyper-Biest ist ja sowas Geiles. Ich muss sagen, es ist immer ganz schön krass gestaffelt, ne? Also immer so lila nebeneinander. Ach, komm schon. Irgendwas Gutes. Ich trau mich gar nicht, die letzte aufzumachen. Es werden die Duals. Es werden die Duals. Das ist die Waffe, die man nie spielt und das Hetzlichste. Also es wird auf jeden Fall die Dual oder die abgesiegte Schrotflinte. Da würde ich drauf wetten. Na Mensch, das war aber ganz schön knapp, du. Ganz schön knapp. Ist es, es ist, nicht zu fassen. Hm. Einsatzerprobt. Oh, ne fabrikneue Armor Core. Einsatzaprobt. Worm God. B smoothie. Minimalige Bauspuren. Stat-Trak, Abgenutzte Heat. Fabrikneue, Malachit. und eine Kampffspur in Poison. Weil wir alle gerade so viel Spaß hatten, habe ich von dem mordsmäßigen Erlös von gerade eben noch mal einen Schlüssel nachgekauft. Und jetzt ziehen wir noch mal richtig schön ein Messer aus einer Chroma-Kiste. Kein Problem, alles easy. Es wird mindestens ein Pinker. Und es ist blau. Es ist einfach blau. Wenigstens ist es nicht abgenutzt.